Fünf innovative Eventkonzepte für Köln. Als pulsierende Metropole entwickelt sich Köln immer weiter. Neue Trends und Ideen stärken dabei die Strahlkraft des Standorts, sowohl für Besucherinnen als auch für Kölner und Kölnerinnen. Wir als Köln Westens Wirtschaftsförderung fördern daher neue Ideen am Standort mit unserem Förderprogramm Kölner Rahmen und Time to Shine mit insgesamt 50.000 Euro. Wir sind Badass Event Styling, mein Name ist Marni Assenmacher. Ich bin Jennifer Hotz. Und wir stellen heute den Pop-Up Beach Cologne vor. Hi, ich bin Oliver von Vizentic. Freut euch auf die Pop-Up Markthalle in Köln-Ehrenfeld, dein Speisesalon. Ich bin Juliette, ich mache Fabrika 89 und ich bringe Multi-Brand Pop-Ups nach Köln. Ich bin Julius Kalleis von Köln is Cool und wir freuen uns, euch die Local Cologne präsentieren zu dürfen. Ich bin Anna, komme von Climate Pioneers und wir starten ein großes Nachhaltigkeitsfest mit unserer Altstadt-Rösterei, unserem Nachhaltigkeitsstore und einem großen Pop-Up-Store. Die fünf Konzepte, die wir fördern, bringen Innenstadt und fädeln nach vorne. Wir bringen verschiedene Branchen zusammen. Hier kommen Einzelhandel, Eventbranche, Gastronomie und Kreativwirtschaft in konkreten Projekten zusammen und das bereits im zweiten Halbjahr 2022.